Ehre dem König, Freund. Mh, ja, vielleicht kann ich euch helfen. Als ich in Nordend war, habe ich den Einwohnern von Valgar dabei geholfen, einige der Geheimnisse der Vrykul aufzudecken, indem ich die Geisterwelt eingetaucht bin. Vielleicht kann ich dasselbe hier auch tun. Erinnert euch an die Lehren der Vergangenheit.